Pika 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 What the f*** Äh Ja Was denn? Leute Leute Pikachu Das ist Pikachu Pikachu Warum Leute Tüte Ey Schaff das Geld Ja Alter Leute WTF Wir haben die Tüte Leute Nehmen die Taschenlampe Leute Wir haben die zwei Sachen Wir haben Pikachu irgendwie Leute wir werden das jetzt einfach öffnen Guck mal unten auf dem Boden Nein wir werden das jetzt einfach im nächsten Video aufnehmen Ein Messer muss das ganze los Ähm Ja Leute bis zum nächsten Video Und noch schöne Grüße an Nona Ähm Schöne Grüße gehen dann nicht raus Checkt mir jetzt gerne ersten Link in der Beschreibung Unser Meldjob aus Und ähm ja Leute Dann Meldorf verabschiedet sich von den Zuschauern erstmal Viel Spaß Liken, Teilen und kommentieren Und abonnieren Checkt ihn gerne mal auf TikTok ab Ersten Link in der Beschreibung Genauso wie Luis hier Ach so der hat sein TikTok gelöscht Leute Ähm Ja Leute Und natürlich auch Le und Luis Ersten Link in der Beschreibung Und ja Leute Bis zum nächsten Video Peace Peace